Ich geh natürlich Gegner-Jungle-Invaden. Okay, der ist oben alleine. Dann muss ich runter. Schauen wir mal. Wo der dran ist. Schade, war wohl nix. Schade, war wohl nix. Schade, war wohl nix. Boah, was, das sind alle? Ja, das ist halt dumm gelaufen. Schade, war wohl nix. Ah! Ich sollte eigentlich noch meine Brille abholen bei Grieve. Ja, wäre aber schon nicht schlecht, wenn ich die habe, so gesehen. Ich habe nur keine Ahnung, doch, bis 18 Uhr haben die offen. Nein! Boah! Ja, so bis 18 Uhr hätten sie offen, ja. Wie viel haben wir jetzt? 17.10 Uhr. So, entweder spielen wir für oben oder für unten, aber irgendwie... Oha! Das hat jeder gesehen, oder? Naja... Jetzt müssen wir mal gucken, wo die anderen sind. Kann ich die Ulten... So... Wie die zurück nach Hause teleportieren? Ja... 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 Genau... Bis zum nächsten Mal. Ahhhh, verfüllt. Ahhhh, was macht ihr? Ahhhh, komm, mach, 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 mach. Schööööön. Ich meine, sonst konnte der nicht punkten. Ich möchte nicht mit anderen streamen. Ich krieg da andauernd irgendwelche Anfragen rein. Keine Ahnung. Okay, mach mal es hier. Ah. Okay. 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 Äh. Kriegen die das hin? Schön. Ich würde anfangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Und da kommt auch noch One-Shot raus. Jaaa, das kriegen wir immer. too late. So late. Die ist schon sehr schwer zu zielen für allen. So. Jetzt muss ich gerade nur kurz überlegen. Ich glaube, ich hole aber trotzdem jetzt meine Brille kurz ab. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017